Hallo und willkommen zu Let's Play Final Fantasy 8. So, ich habe mir heute mal einen richtigen Plan gemacht, was ich hier alles abhandeln will. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie lang es zum Beispiel her war, dass ich im Schummi-Dorf war. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gemacht, aber ich gucke jetzt lieber schon mal. Ja, wie gesagt, ich habe mir verschiedene Ziele gesetzt. Ich möchte auf jeden Fall die ganzen Nebenquests fertig kriegen. Ich denke, wenn ich das geschafft habe, ist das Spiel schon so gut wie vorbei. Also irgendwie ziehen sich die Nebenquests meist immer länger hin als das Spiel selbst. Jedenfalls kommt es einem zuvor. Dann wollte ich noch so verschiedene Sachen erzählen, was auch immer. Zum Beispiel zum einen, also ich möchte jetzt Final Fantasy 8 im Januar fertig kriegen. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Eigentlich denke ich schon, dass es möglich ist. Oh, ich glaube, der ist leer. Na ja, ich gucke mal. Und weil wir, also ich und ein Bekannter, der heißt Dennis, wir wollen jetzt am Morgen, morgen wollen wir, nee übermorgen, morgen habe ich Geburtstag, wollen wir Final Fantasy 7 anfangen zusammen. Also das wird ein komplettes Koop sein. Und da ich da nur die Zeit habe, wirklich aufzunehmen, wenn ich wirklich am Internet sitze, das heißt, ich kann in Berufsschule zum Beispiel nicht machen, weil wir ja halt diese Kommunikation untereinander brauchen, kann ich das wirklich nur dann machen, wenn ich wirklich Internet habe. Das soll jetzt halt als nächstes kommen. Das hat ja auch die Umfrage ergeben, dass das so gewünscht war. Und ja, auf jeden Fall, ach so, ich habe jetzt mal ein Schumidorf geguckt, da war jetzt alles leer. Und genau, dann das nächste noch, was ich mir ganz kurzfristig überlegt habe, es ist zwar irgendwo doof, wenn dann zwei Final Fantasies aktiv sind. Ich habe mir nämlich gedacht, ein Final Fantasy und ein normales Spiel, weil Final Fantasy nun mal sehr umfangreich ist. Und, ähm, Moment, ich muss gerade mal gucken, wo die Insel ist. Die ist... Ähm... Wo sind die? Ach, hier. Da ist das. Da ist das, okay. Ja, ich gehe jetzt erst mal zu den Punkten Tor der Hölle, Tor zum Himmel, wegen den Draw Points. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ganz kurzfristig überlegt, ich habe mir Final Fantasy 13 Teil 2 vorbestellt. Das soll ja jetzt Anfang Februar rauskommen. Und ich habe mir überlegt, Mensch, mach doch eine LP davon. Also direkt nach Release werde ich es mir hochschnappen und anfangen. Ähm, ja, es ist wie gesagt nicht unbedingt so gut, dass ich dann übelst viele Projekte am Start habe, aber ich würde es wirklich gerne spielen. Einfach so komplett blind von Anfang an durch. Und auch mal nicht ewig lang zu warten, bis man was anfängt, sondern direkt mit als erstes. Ja, jetzt gucke ich erst mal, ob ich hier irgendwo Gegner 0 habe. Das hat der hier. Nehme ich das mal weg. Wünschelruder hat der auch, oder? Ah, ich glaube, das bringt mir hier gar nichts. Ja, ähm... Uppala. Gott, das wollte ich nicht. Dass ich das vielleicht direkt mit anfange. So, also hier sind wir, genau, auf dem... Insel Tor... Uppala, was war das? Tor zur Hölle. Und, ähm... Hier gibt es sehr viele Draw Points, um... Die ich mir jetzt hier mal holen wollte. Also speziell geht es mir natürlich um Grafit und... Ne, Grafit nicht. Ultima. Geht es mir um Ultima. So, mal schauen. Zauber. Bäh, was mache ich denn hier eigentlich? So. Tausch. Also ich mache jetzt mal ein paar Sachen weg, die für den Arsch sind. Zum Beispiel... Eiswell. Was könnte ich wegnehmen? Glitz zum Beispiel. Kriegt der mal. Dann habe ich ja mit... Squall noch. Puh, das ist schwer. So ein paar Sachen kann ich mich später noch gebrauchen. Ich mache mal Vita weg. Kriegt der Vita? Alles geben. Und wer ist noch dabei? Quistis. Okay. Ah, sie hat Meteor. Wieso hat die das nicht ziehen können? Na gut. Mh, ne. Tausch will ich doch machen. Da werde ich mal... Ach, herrje. Doppel wegmachen. So, dann haben die auf jeden Fall mal einen Platz frei für die guten Items. Kann... Ach, sie hat überhaupt gar keinen Schworn, glaube ich. Genau. Kein Wunder, dass es nicht geht. Ähm... Ähm... Schworn. Naja, er hat, ganz klar, ein Ziel. Heilend, sauberer Item. Kriegt sie mal Schworn wieder stehen. Okay. Quistis auf jeden Fall. Merkwürdig. Was sind das für Zeichen? Drei AG? Ich habe jetzt leider nicht wirklich eine Übersicht, wo was ist. Vier AG? Keine Ahnung. Leer. Leer. Leer Schnee. Leer. Leer Schnee. Also wie gesagt, mir geht es echt primär um Ultima. Ach, bin ich doof. Auch habe ich doch Squall gegeben. So. So. Ob es irgendwie ein Meteor kriegt, küsst es wieder? Vier AG? Also das... Ne, egal. Stört euch nicht dran. Das ist wahrscheinlich unsere liebe PC-Version, die mich immer mal wieder ärgern will. Ne, Triple habe ich kein Interesse dran. Oh, hallo? Schon voll, ja. Nicht ziehen. Aura. Squall. Ja, ich hätte gerne eine Übersichtskarte, wo ich den ganzen Kram mal finden könnte. So, das kriegt Quistus. Meteor kriegt Quistus. Irgendwo. Nix da. Ultima, wer sagt es denn? Das werde ich aber mal Xel geben. Zwei Mal, oder was? Erzengel. Squall. Also ihr seht, hier gibt es verdammt viele Draw Points. Holy Quistus. Ähm, Meteor Quistus. Hm, nicht ruggeln. Ultima. Xel wieder. Ja, die Draw Points sind zwar kostenlos, aber man zieht leider nicht so viel wie bei den anderen Sachen. Triple habe ich jetzt überhaupt kein Interesse dran. Ich habe ja... Ich habe ja Carbonus... Ne, Cerberus. Erzengel. Erzengel. Squall. Nein, ich will kein Dribbel. Hier ist jetzt natürlich das Schiff. Äh, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie finde, wo was drauf ist. Ach, warte mal, hier ist ja was. Ja, hier hat es in Ultima. Ah, Ultima muss hier irgendwo sein. Genau dort, wo ich stehe. Da muss ich mich mal kurz hier rüber bewegen. Ich habe gerade eine Übersichtskarte gefunden. Wie doof. Ultima. Xel. Ich will mal gucken, wie viel der jetzt hat. Koppeln. Xel. Also 102 Stärke. Auf jeden Fall schon mal. Und... 59 Stück. Ja, das fühlt sich doch gut an. So, okay. Das habe ich... Das gleich zweimal Ultima nebeneinander. Irgendwie. Nein. Nur wo? Blöd, dass man das nicht irgendwie sichtbar machen kann mit dieser Rünschelhude. Ähm, wo soll das genau sein? Ach, da wo man rauskommt aus diesem Zipfel, das ist irgendwo hier. Also hier muss irgendwo Ultima sein. Eigentlich. Oder der Unterzipfel. Nee. Entschuldige, ich habe heute irgendwie einen Froschenhals um. Ähm, bla bla bla. Wo? Ultima. Xel natürlich. Dreimal Ultima. So, ich glaube, das war es sogar schon an Ultima hier. Moment, ich muss nochmal schauen. So, da habe ich Ultima gehabt. Genau. Okay. Auf der anderen Insel. Gibt es auch nochmal Ultima. Also gehe ich jetzt auf die andere Insel. Hör auf Zugucken-Spiel, das gibt es ja nicht. Gut. Das war jetzt das Tor zur Hölle. Jetzt gehen wir mal zum Tor. Äh, Tor zum Himmel. So heißt das. Da warten nochmal ein paar andere Draw Points auf uns. Irgendwo hier drüben ist das. Hier haben wir Balan. Da oben. Also ganz einfach zu finden eigentlich. Ich glaube, das sind die einzigen Inseln mit, wo man wirklich nur mit der Ragnarok drauf kann. So, das müsste die Insel hier sein. Sehen wir ja gleich. Beben. Hm, nein. Meteor Quistis. Tornado nicht. Das sind so Zauber, die ich eigentlich nicht wirklich brauche. Deswegen lasse ich die mal hier. Beben brauche ich nicht. Triple brauche ich nicht. Ultima. Kriegt wieder Xel. Nochmal Xel. Aura Ficked Squall. Also Aura ist ein sehr nützlicher Zauber. Den würde ich euch auch empfehlen, irgendwie zu lagern oder was auch immer umzuwandeln. Ähm, das kann nämlich in, gerade in Bosskämpfern oder so, könnt ihr Aura auf euch zaubern und habt ihr diese Spezialattacken immer benutzbar. Auch wenn ihr jetzt noch volle HP habt oder halt noch sehr viele. Weil wenn man versucht, diese Spezialattacken nur zu benutzen, wenn man mit, also weniger HP noch hat, kann es passieren, dass der nächste Schlag einen schon umbringen kann. Und auch ist halt die sichere Variante davon. Nö. So. Kein Tornado. Oh Gott. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz Aufnahme nochmal stoppen. Gucken, was da so im Hintergrund nervt. Okay. Ja. Das war es erstmal mit den Sachen. Ähm, jetzt werde ich das nächste Quest machen, aber das mache ich jetzt gleich erst. Ich muss jetzt erstmal gucken, was mir da so die Laune verdirbt. Irgendwas lässt mich hier ziemlich ruckeln. Da gucke ich jetzt direkt mal nach. Also bis gleich. Ciao. Ciao.